Und Bärchen. Ja, mach mal. So, herzlich Willkommen bei einer Runde Dead by Daylight. Mit dabei sind, äh, Steffen Killer Kicks. Okay, der sagt nix. The Deadly Sin, The Deadly Sin. Ein Unbekannter. Und mit mir, Matze. Und noch Motherfucker Killer. Ja, und der Killer halt. Ja, das wird interessant. Wir haben gerade eine Runde gespielt und das wird interessant. Wir haben zumindest einen Guideführer. Ja. Oh, was haben wir denn dieses Mal? Daheim. Ah ja, so gut. Und Miebechen snacken. Achso. Hm. Na, 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 na. Alter, wisst ihr, was lustig wäre, wenn man mit so, mit so Schlagstücken auf den Killer losgehen könnte? Theoretisch könnte ich das. Wenn ich hier schnappt hätte, dann müsste ich halt... Achso. Stopp, du Hure Sohn. Ich wollte mein Vater. Geh weg. So, wo ist ein Generator? Ich will gleich zu nem Generator. Die Rechte hat mir vor meiner Fresse. Ist ja wieder Hellbilly. Er ist bei mir irgendwo. Ich hör die Kettensäge schon. Ja, ich auch. Ich zieh durch, Generator. Ja, super. Er ist bei mir. Er ist an mir vorbeigelaufen. Er ist in ner riesigen Blechhütte in ner Schlachtreiß, ja. Achja, dann ist er in meiner Nähe. Na, ist okay. Ich werd immer nähe vom Killer gespannt. Ich hab halt original nur die Kettensäge. No, er hat mich gesehen. Lauf, Kevin, lauf, 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 lauf. Er hat mich verfehlt, blöde Hu. Wo bist du denn? Ich komm aus meiner Gegend nicht raus. Läuft sie immer noch hinter ihr, Kevin? Ja. Wo? Kettensäge. Er ist ein Lube, er kickt mich nicht. Und gleich hat er nicht. Nein, hat er nicht. Dann würd ich aber auch unbedingt mit der Kettensäge haben. Ja, er ist kackt ab. Ja, er war die ganze Zeit gegen die Gegenstände hinter da geflogen. Ich war die Beine, aber es weiß ich was wir alles nicht. Musst du mir ausreden, jetzt den geht der zu mir her schicken. Läuft ihr dir immer noch hinter ihr, Kevin? Ja, er hat mich. Nicht hier längst, du bist so ein Bauer. Oh Mann, das wusste ich doch jetzt nicht, dass du da stehst. Alles gut, alles gut. Alter, der will mich unbedingt. Warum mich? Weil du angehörtet bist. Aber ich will der Kettensäge? Ich weiß nicht wie ich von ihm wegkomme, er ist schon wieder mit der Kettensickung geingelaufen. Mach den Generator Jungs. Naja, ich bin schon dabei. Babysitterin kümmert sich um mich. Aha. Oh Gott, das ... Nein. Gut, dann crouch jetzt, ich weiß, wir müssen jetzt doch da rein, richtig? Nein, ich bin durch, ich bin hinten hinter so einem Holzscheißding. Ich kann mich selber heilen. Oh, ich glaube, er weiß, wer du bist. Ich kann mich schnell selber heilen. Mach das. Ich bin da halt genug, oder? Scheiße. Ich hätte das eigentlich, wenn ich ... Nein, er hört's nicht. Er kann eventuell allerhöchstens nur ... Warte, sorry. Er kann allerhöchstens nur sehen, auf die ich halt. Aber das ist auch nur mein Endwork. Schau mal, hier ist noch Matze. Oh, da tut doch gut aus. Ich hab's eigentlich rausgeschafft, was der Hölle dahinter ist. Kevin, wo bist du? Alter, der ist direkt bei mir, der hat grad in anderen Wänden. Naja, wo bist du denn, Will? Dann kann ich zu klein kommen. Wir sind genau hier. Warte, ich gehe ganz grob in die Richtung. Warte, ich bin jetzt bei dem Mais-Ding da, wo die Dinger rauskommen. Kein Team. Kein Team. Da ist der Benid da, Achtung. Der hat nicht genug. Wow, 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 wow. Wern weiter Matze, wern weiter. Oh. Nein, das hättest du nicht umwerfen dürfen. Nein, jetzt will er dich. Achtung. Ja, scheiße. Hättest du nicht umwerfen dürfen. Ja. Nein, bleib weg, bleib weg, bleib weg, bleib weg. Bleib weg. Bleib weg. Bleib weg. Ich weiß schon, wo er dich aufnehmen will. So, Kevin, wo bist du jetzt denn? Ich lauf ganz grob in Matze. Abschalten gerade. Abschalten, meinst du? Matze, wo hast du direkt abgehangen? Hehehe. Tschüssi. Wurdest du? Hier ist es genug. Läuft dir die hinterher? Ah! Ja, ja, Tonhalter. Hey, da ist einer heilig, danke. Oh, danke, mein Gott. Totem zerstören. Klingt das eigentlich was? Ich weiß gar nicht. Ist der blind? Nee. Ah. Ach, Fronten. Wo stehst du denn gerade, Matze? Ah, beim Schweinebogen. Ja, alles klar. Ich kann mal löcheln, sobald er weiter weg ist. Ja, ich kann mal. Ich gehe hier wie nach so verlorenes Schaf alleine rum. Wir sind beim Schweinebogen, aber da weißt du wahrscheinlich, wo der ist. Was ist das? Nein, ich bin gerade mit mir. Äh, du musst dir dann unbedingt die aufnehmen, wenn wir mal anschauen. Das ist so lustig. Danke. Ich bin jetzt bei einem Ausgang. Ah, warte. Ist das so? Ich bin jetzt bei einem Generator, ich mach den. Ja. Also wenn du's bumm macht, wisst ihr wo ich bin. Ja, jetzt kommst du ja genau hier hin. Du schon wieder. Ab jetzt. Hallo. Wuhu. Ich hab den T-Rank mit seiner Kiecken-Säge. Weiß ich nicht. Ich bin wenn du den T-Rank mit seiner Ausbranche auch mal nennen hast. Boah das war knapp. Tschüss, ich hau ab. Woe die. Der nervt langsam. alles zur hälfte durch, du könntest auswählen drei viertel wo bist du denn? beschreib mal was bei dir nächstes groß ist so ne kackhütte also so aus blech blechhütte? ja ok der generator ist gleich durch auch genannt die schlachterei versteckt euch lieber erstmal, bleibt hier nicht so stehen wenn er dann gleich herkommt, dann kann er mich nämlich erstmal verfolgern statt euch da hinten kommt der Bürger so einer von euch macht jetzt den genauer die tür auf, jetzt, jetzt, tür auf schnell wie weit ist die tür Achtung er kommt lauf weg, wenn ich mach weiter dann wischt ihr wieder mich dann wischt ihr wieder mich so, Tür ist auf, kannst raus kannst raus er macht die Tür ich lauf vor, ihr lauft hinter mir, ok, auf 3 oh ja, da wartet man nicht raus, obwohl doch glaub's was ganz raus ah, ich bin raus bye bye oh ich bin die ganze Zeit alleine rum du hast ja eher beobachtet halt, wie ich fast gefistet werde, ey komm 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 schon, teammate, häng mich ab, man, ich hab geliehene Zeit du hältst'n schnullerart aus, komm du hältst'n verfickten Schlag aus, man ich konnte jetzt hier, dass du herkommst Alter, oh, komm, Alter wow, ich hing auch nicht ganz das ist natürlich ganz schön, natürlich, hey hoffen und beten, dass er mich jetzt erstmal nicht sieht ich hab ihn doch hier liegen geleistet ich hab ihn doch hier liegen geleistet fertig oh, fack auf, Alter was hat denn mit seiner Kettensäge ich finde die cool, weißt du ja, das ist keine Ahnung der ist so kacke, der Typ ist unglaublich man weiß das wahrscheinlich auch ja, das ist nicht selber besuchen worden ich hoffe, dass du deine Mutter ihn hältst ja, das ist doch so ganz ehrlich, man die kacke müssen denn sein, man das ist immer wieder nur gefaced, kann man immer, immer wieder ach, das sehen wir das auch mal hab dich voll im Stich gelassen, ey hab dich voll im Stich gelassen, ey ach, schade so, ich will mir kurz noch was anständiges zu trinken holen also komm, wir sollen noch mal runter der tötet deine Freunde das ist bestimmt auch lustig so tötet deine Freunde non na 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 ma Das war's. kann es sein dass sie dich doch gar nicht als befreundet das war es dann wieder für diese folge ich hoffe euch hat es gefallen und ja sehen wir uns dann in der nächsten folge sonn bye bye ja